Nein, die musste doch eine weiter nach hinten 0 prozent habe ich warum Yo, meine leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und diesmal spielen wieder eine runde minecraft und zwar speedbelast wenn ich weiß was es ist wir kriegen hier gleich irgend so eine form und so wie hier zum Beispiel der und das müssen wir jetzt versuchen irgendwie hinterher zu bauen so das ist ein anker mal sehen In anker ist natürlich jetzt sehr interessant so wir gehen drei nach unten 1 2 3 4 nach oben Also hier drei nach unten dann geht es hier so Okay, ja So zacka hier genau gleich machen wir mal so und so dann gehen wir hier mal 4 nach oben 1 2 3 4 Da kommt sowas hier dann kommt sowas hier dann kommen die an den seiten irgendwie So oder Nee ich habe einen fehler wo habe ich denn da fehler gebaut Hallo, ich glaube jetzt habe ich das Hä, wo habe ich das? Äh, ja Achso Komm schon, komm schon, komm schon Nein, nein, oh nein 99% 98% habe ich bestimmt ne Und ich habe, das ist ja doof laufen Der musste ein höher, der musste ein höher So, was ist das denn? Also so geht auf jeden Fall das Prinzip hier So, wir gehen einmal hier Und hier wird es ein Block nach oben, okay So, also hier mal so Drei hier und zack, so Dann gehen wir hier mal da zwei nach oben, ne Und dann gehen wir hier sogar drei nach oben Oh Gott Und jeweils auch niemals die Treppen platzieren Alter, dies ist aber ein hektisches Spiel hier Nein, der erste ist schon fertig, komm schon So, eins, zwei und drei So, dann müssen wir ja hier dieses hier platzieren Hier kommt dann Das dahin Eins, zwei Ja doch, das schaffen wir auf jeden Fall Super, perfekt Match Ey, das Spiel ist aber auch hier Adrenalin pur Dass man das irgendwie versucht, ne Noch zu schaffen So, ich hoffe die Musik ist Wieder 20 Ich hoffe, dass die Musik jetzt nicht zu laut ist Machen wir mal hier Ist auf 10 minus 10 Dezibel Ja doch, muss eigentlich passen jetzt 100% haben wir auf jeden Fall Und ja, haben wir nochmal Glück gehabt Ein kleines bisschen, ne So, äh, so genau Wie ist er beendet Wie ihr das hoffentlich mitbekommen habt Somit habe ich nochmal mehr Platz für neuen Content Und mal sehen So, eins dahin Da oben Oh Äh, eins Dings Dann geht es hier jeweils Ach Gott So, aber ich glaube auch wirklich So, ne Dann geht es jetzt hier Wieder eins So, ne Ich glaube wirklich Da Doch, wir müssen einfach alles Wirklich alles ausfüllen So Äh, hallo So, dann müssen wir hier wieder hochgehen Und dann gehen wir hier eins nach So Kurz alles was hier drinnen ist Nochmal ausfüllen Und der geht dann hier wirklich komplett durch Wie der erste schon fertig Boah, das ist aber hier jetzt grad Hä? Oh ne Komm schon Nein Ah, bin ich jetzt Was ist das denn? Hallo? Ne, hallo Wie kann ich, wie komme ich denn jetzt weg? Close Menü Das hier So, okay 76% Oh Ich habe ein zu hoch gebaut Ne Paste Die Größe passt auf jeden Fall Bloß und das müssen noch alles ausgefüllt werden Ja, habe ich leider nicht geschafft Und Warte mal hier ist ein Eingang Dann haben wir hier jeweils Okay Der hat auch das einfach Das einfach Das ist einfach Ähm So Hier ist der Eingang Ne Oder Oder dort Hä? Da ist der Eingang So Noch mal die andere Seite So Chuck Und dann haben wir hier jeweils Ne Oder Ein dahinter Hä? Der Weg verwirrt Der Weg mehr Mehr als verwirrt Ich hoffe Ich hoffe Ich mache das jetzt richtig Doch Die kommen am Rand Okay Wieso habe ich hier noch zwei übrig Hä? Warum habe ich noch zwei übrig? Eins, zwei, drei Nein Die musste doch eine weiter nach hinten Null Prozent habe ich Warum? Ich habe alles falsch gebaut Ach, komm Ich habe alles falsch gebaut Ach, Mann Nein Dann würde ich mal sagen Sehen wir uns gleich zur nächsten Runde Und dann sind wir auch Zu der nächsten Runde Aber ich muss sagen Die Runde war gerade sehr, sehr Nur weil ich eins zu weit nach vorne gebaut habe Zack Ist direkt das ganze Ding ist da falsch Das ist ärgerlich Das ist wirklich ärgerlich So, wir haben hier ein Sofa Äh, okay Eins, zwei Dann sind hier die Platten Komm, ich fange mal, glaube ich, mit dem Sofa an Da geht er auch komplett durch Okay Ne, das ist ja falsch So Ich fange dann mal mit dem Sofa an Da geht er nur hier, ne Geht, glaube ich, dann eins weiter So, oder? Ne So Und dann, äh, der Tisch fängt ja hier Boah, das ist hier gerade So, ne Ich hoffe, das ist jetzt richtig wie das Baue Ich hoffe, es wirklich Wäre nämlich jetzt sehr doof, wenn das falsch wäre Fünf haben wir noch Das müsste, glaube ich, passen Jo So, was war hier nochmal Oh Gott Also, ob jetzt schon die Zeit zu Ende ist Nein Ich möchte sie richtig gebaut Oder wie sieht es aus Ich hoffe schon Ach so 63% Das Ah, okay Gut Zumindest sind wir jetzt nicht raus Ist ein bisschen schlecht gebaut War aber egal Aber egal Oh Gott, das haben wir jetzt hier iPhone 7 So, wenn man Das geht hier durch Jeweils auf einen Okay Ich würde mal sagen, platziere mir zuerst Die Villager So Machen wir mal kurz Das da hinterher So, ne Ich hoffe schon Doch fünf Genau so Machen wir mal hier diese Teile Dann kommt ja hier die Tür rein So genau Jetzt bin ich hier ein bisschen so ein bisschen gefangen Fünf Stück Jawohl 27,2 Sekunden Und ich bin sogar erster Ja, nice So muss das Ganze aussehen Schön erster werden Und wir haben es geschafft Das ist traurig Das war doch so einfach, man Erst wenn ich das hinbekommen Dann ist es erst recht einfach So, oh Die hat aber viel geschafft Oder der Was ist das denn? Ach Gott So, wenn man Das ist immer 1, 2, 3 3 mal 1, 2, 3, 4 Okay Bin ich jetzt mal Sehr gespannt Und wie das wird Hallo So, dann muss ich auf jeden Fall Ganz ausgefüllt werden Glaube ich, ne Ach Gott Komm, warum wir mal Die zwei hoch hier Jetzt weiß ich aber überhaupt nicht mehr Wie diese schwarze Punkte aussahen Ich glaube hier war immer einer, ne Irgendwie Oder Oder habe ich den Einzug gesetzt Ne, ich glaube hier war einer Und ich glaube Da oben Oder Weiß nicht, weiß nicht mehr So, der eine ist glaube ich sie richtig gesetzt worden Ne Genau, weil der hier müsste ein Der hier musste die schwarze muss einmal hier hinkommen Und einer ganz oben drauf Okay Ah, doof gelaufen Aber trotzdem Immer weiter Das ist die Hauptsache So, was haben wir denn hier eine Karotte So, wenn man hier kommt einer Oh, nee, man muss auch Gras platzieren So, wenn man wo kommen denn jetzt einer hin Hier hin Komm hier in einer Hier kann einer hin Ähm Einer kann nach der hinten Wie es aussieht Einer kann Hier hin Die Hasen sind Sehr nah beieinander Irgendwie Einer kann hier hin Hä Ich weiß es nicht Ne, keine Ahnung Ich hoffe, ich bin nicht raus Komm, Rainbow 83% habe ich Gut Gut Nein, ich bin auch noch eliminiert worden Och Mann Och Mann Es ist doch traurig Auf geht's Alle gute Dinge sind drei Also, naja, müsste ich das glaube ich gewinnen Hoffe ich zumindest Aber, naja, ob das will Das wird Ist natürlich die andere Sache Ist eigentlich gestellt So, was haben wir hin Ein Wurm So, wir haben ja Äh, ein Apfel Mit einem Wurm Da drinnen Okay So, auf jeden Fall Drei Breit Machen wir mal die Mitte kurz So Oben drauf kommt also Ein Stängel auch noch drauf So, ähm Genau Genau Nein Gut, dann bin ich mich einmal ein Wurm Der Wurm Der Wurm Hallo Was hat der denn da gemacht Was hat der denn da gemacht Ach Gott So Ich werde die locker Ich hab da falsch spaziert Ja So genau Dann machen wir mal hier Das da voll Genauso wie hier Äh Der muss da hin Der muss da hin Wo stand der denn jetzt hier, ne Hä Ach komm Ne Nein Ich hab den falsch gebaut Ich wusste nicht mehr, wie man den baut Ach komm Das ist jetzt doof Aber ich bin zu dir nicht draußen Zum Glück So, warte mal Ja gut Da hab ich jetzt schon Direkt am Anfang einen Fehler gemacht Was ist das denn jetzt It's easy to pull mal Ähm Holzeisen So, warte mal Och Gott Das wird jetzt So, warte mal Hier haben wir Holz Ne So, ne Holzeisen Dat da So So Und weiter Achso Hier ist sogar alles vorgegeben Da kommt ein Eisenblock hin Dann kommt hier ein Safagi Ne Das ist gar nicht vor Hä Ich hab noch einen Villagers Spawn Hierhin Kommt der hierhin Wo kommen denn jetzt dieser Block hin Hat den jemand Dein Ne Wo kommen denn jetzt der eine Block hin Oder kommt der hierhin Ich wusste das jetzt überhaupt nicht Das ist Wie viel Prozent hab ich denn bekommen 85% Okay bin ich mir zufrieden Bin ich damit vollkommen zufrieden Und ich würde auch nicht eliminiert Jetzt schon mal sehr gut Runde 3 Wunderbar geklärt Auf geht's Runde 4 Was würden wir bauen Wir sollen 1 2 Jeweils hier Abstand Ja Die sind auch oben mit verbunden 1 2 1 2 Ja Waren die ja hier irgendwie mit Einander verbunden Ne So guck mal Da kommt so hin Da kommt weg Doch die müssten so eigentlich mit verbunden sein Eigentlich Jawohl Perfektes match Als erster So abgeschlossen Ey Das läuft wunderbar hier gerade Das läuft mega gut 100% super Dann sind wir schon mal in den top 1 2 3 4 Wenn er jetzt einer rauszieht Und dann in den top 4 Ach Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott So wenn man hier kommt Ja Genau Skelett müssen wir platzieren Dann kommt hier dieser Zug hin Gut Dann kommt das Ähm Aber glaube ich so ne Oder Oder so Jawohl Doch so war das Okay Ich bin aber beim anderen Abgeschauten So wie man das machen soll Dann haben wir das schon mal wieder Geschaffen Sind wir auch in den top 3 Jetzt alle Es läuft hier wunderbar Ich habe gerade ein bisschen Verwirrt Wie man das halt richtig platziert 100% Super du war Da wird der eine zerstört Haha Okay Auf geht's Nächste Runde Die Statenente Ähm 1 2 3 4 4 mal 3 Der geht hinten dann Ach Gottchen Fangen wir mal mit dem Bein an 1 2 3 1 2 3 4 Dann geht der hier so ne Dann glaube ich Könnt ihr irgendwie so Oder Ich weiß es nicht Wermahnen Nein Hä Ich habe keine Blöcke mehr Habe ich irgendwo ein Fehler gemacht Ja Wo genau Keine Ahnung Äh Der Kopf ist ein bisschen Falsch Genau Der Kopf ist ein bisschen Falsch Das was da drunter ist Das kommt eigentlich Nach da oben hin Genau Also diese zwei Blöcke müssen Eigentlich nach da oben hin Okay So jetzt heißt es Eins gegen eins Gegen die eine Was haben wir denn hier Ähm Ja Das kann jetzt sehr interessant werden Dann kommen wir hier drauf Der kommt dann hier drauf Ne Genau 3er Äh 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 Der kommt dann nach hinten Jeweils wieder hier Und Jawoll Sauber Schafft es die Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht Bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht Die hat irgendwo einen Fehler gemacht Sonst werde ich schon lange fertig Die hat irgendwo einen Fehler gemacht Ja Sie finden einen Fehler aber nicht Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Ja nice So Muss das aussehen GG Losers Was will der denn Jawoll Alla Super Duba Netflix Worn the game Ja Und da bin ich sogar Ich hoffe Euch hat die Folge gefallen Wenn ja Gebt bitte einen Daumen nach oben Wenn nein geht dann Gebt einen Daumen nach unten Und bitte bewertet auch Warum das so ist Und ansonsten würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Haut rein